Ah, so eine scheiß Schneeflocke. Immer muss ich in so einem Video mitmachen. But the very next day... Weihnachtszeit. Jetzt sei mal still. Was? Okay, bin ich halt still. Hallo, liebe Leute. Ich möchte euch von Herzen eine ganz schöne Weihnachtszeit wünschen. Und kommt natürlich gut ins neue Jahr. Auch in der schwierigen Zeit, in der wir jetzt sind. Und vergesst nicht, das Licht in eurem Herzen brennen zu lassen. And Merry Christmas. Und ja, genau. Merry Christmas, eine halbe New Year. Bis bald. Scheiße. Dann geh, ich bleib. Schön, dass ihr hier seid.